hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei gta p und ja ihr seht wir sind mal wieder unterwegs und ja gucken wir mal was heute noch so passiert wenn es euch gefällt dann lasst sehr gerne das da was heißt denn du schon wieder mit dem auto ich bin noch nie so ich kann ja gar nicht aufschließen ja blubber leisten der water warm da sind wir wieder mal ja da ist aber letztens und noch irgendjemand mit rumgehampelt die ganze zeit ich weiß nicht herrkorgen ja jetzt ist wie schickte in deiner hose aussiehst sie mir jetzt gerade ein kompliment gemacht ja danke sagt man das sagt man das so ja okay tschuldige na ja ich würde am liebsten knudeln ein klein umschlag für dich ja dann gibt mir meine kleine umschlag oder wir müssen meinen meter beiseite das will ja schon wieder nicht immer noch nicht er ist einfach mal ein stück schmidt hier ist es kein chili ist der baustür nicht in gemein mit der zitrischen hand wird es denn hier ein bisschen besser gehen bitteschön halt die esse fest wie gesagt ein bisschen was musste ich runternehmen wegen zwei strafzetteln und einem auto reparatur aber sonst alles gut alles gut hast du dir aber den anteil hast du dir auch weggenommen gleich natürlich sehr gut also das mal ausgerechnet müssten 45 prozent gewesen sein genau so ist es war da kommt gleich mit ich büchse gleich drauf ist er halt die esse fest also fleißig ist gar nicht bis es also weil sie hat sagt eigentlich das firmenkonto ist ganz schön das ist im gut gefüllten bereich sagen wir mal so gut gefüllt hast du ja wenn wir die autos gekauft haben ist es nur noch halb so gut gefüllt aber das macht dich ja 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 auf den lieben hamster hamster ist pflegeleister es war ein spaß gewissen mit mir ja gut ja ja ich muss erst mal wir haben noch einen termin mit einer freunde und gleich geht zum zettelstudio ja neue hilfe natürlich freue mich drauf scheiße jetzt ist es wird das aber ich sehe ich vielleicht meine ja 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 ich bin da doch man sieht sich doch bestimmt noch mal oder ich hoffe doch ich habe mir die ganze sache mittel leichter vorgestellt mit den frauen ja ja jetzt kannst du reisen haben das pflegeleichter doch doch du kennst doch meine späße du weißt doch dass du meine süße hamsterin bist wobei ich manchmal denke du bist ein niedlicher rottweiler kein ernst ja du knurrst immer so ich brumme ja gut das macht ein rottweiler auch oder ein gummibär wie kommst du jetzt von einem hund auf eine süßigkeit dabei hunde sind süß und gummibären esse ich gerne da kann mir das jetzt als ersten sinn sehen hilfe warum einfach so aber es trifft sich gut dass mir hier bei man ist aber ist man ist eigentlich da ja jetzt fahren wir auf meinen standort borgplatz wo ist der denn da zum rolltor ja wunderbar ich dein ernst natürlich ich lass mich heute immer irgendwie offen rumstehen oder was was nee hallo guck mal wenn man vom teufel steht wollte ich gerade ab hallo na hallo guten tag die damen naja turdeltaube ja ja wer ist ja komm lass das mal hier hin wer turdelt wo mhm aha nein sie doch nicht ne 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 evi ich hab noch eine frage an dich ja ich habe dich nämlich leider seitdem ich das beschlossen habe noch nicht getroffen aber möchtest du gemeinsam mit der nova ähm meine brautjungfer werden eigentlich heiß oh mein gott da lag sie girl äh jetzt kannst du vielleicht schon wieder aufstehen ach schatz geil ist das ein ja oder ein nein ähm das ist ein ja 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 ich hab grad teenie durch juhu ich freu mich sehr jetzt hab ich beidseitigen teenie durch ah ich freu mich sehr ja das wird supi ähm ähm also und ich hab ja ja bleibst du mal ganz ruhig stehen junge frau ja die ja ich muss ganz ehrlich sagen ich bin ja aus dem häusen äh weinefresser really also definitiv abgesegnet also arbeitskleidung ist abgesegnet Okay, sehr gut. Wir haben auch vorhin noch mal eine halbe Stunde nach dem kurzen Schwarzen gesucht. Keine Chance. Für wen? Für die Tara hier. Ja, irgendwie... Ja. 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 Debbie, ähm... Glehrt ihr das mal, ich muss zum Waddes. Ja. Äh... Debbie? Ja. Waddes? Was denn? Jo, bitte. Du willst Sarah noch was sagen. Ah. Hm? Was jetzt? Was? Wir sind zusammen. Ja, das weiß ich doch. Wow. Ja. Wie, weißt du, mit wem? Deswegen kam doch eben das mit den Turteltaumen. Ja, eben. Sag mal, weißt du, das verbreitet sich nicht wie so ein Lauffeuer? Ach, du glaubst es nicht. Dass das an der Kartbahn schon öffentlich gemacht wurde? Mit wem? Och, Nova. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Ich hab das auch erst heute erfahren. Also, Frau Governor-Sekretarin. Der Damien hat das gesagt. Und er sagte eigentlich, du hast ihm das gesagt. Ja, aber hat der das an euch gesagt? Ich weiß nicht. Das ging halt wahrscheinlich davon aus, dass das jetzt offiziell öffentlich ist, oder? Ah. Ist das doch, oder? Ich find's auch schön, dass das direkt auf mich abgeschoben. Warum eigentlich immer ich, Abby? Alter, du gehst mir so auf die Eier, ne? Na, also, ähm, ähm, junge Frau, beruhigen Sie sich bitte. Sie sind aber auch die Sekretarin vom Governor. Nein, bin ich nicht. Ist sie nicht. Na doch, ist sie. Nein, bin ich nicht. Nein, sie ist die Turtel-Turbe vom Governor. Wie? Weil du turtelst mit dem Governor. Der Governor turtelst mit jeder. So wahr. Oh Gott, wie ist denn das für jemand? Danke. Naja, die turtelt mit, ja. Also, ich kann auch mit Sie mit Beatmung. Einatmen und ausatmen. Ich hab was für euch beide mit. Einatmen. Ich weiß. Abby darfst Sie mal beatmen. Nein. Das kann Hendrik machen. Ruf Hendrik an, dann atmen Sie. Das ist doch eh nicht, ja. Oder vielleicht sogar den Zwerg. Das geht nämlich mit Maske nicht. Was für ein Zwerg. Alter. Du bist nur auf die Maske gestellt vom Zwerg. Ja, Chef. Äh, ja. Ja, ich hab kurz zwei Minuten, ja. Oh nein. Soll ich anrufen und sagen, die Nova bekommt keine Luft mehr? Ja, warte, komm mit. Hier, dich beatmen. Das ist gut, man macht den. Ach, entschuldige, dieses, dieses, ey, 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 oh Gott. Kann es sein, dass du in zwei Minuten am Termin am Laden hast? Äh, ich, äh, verdammt, ja. Weil den hab ich nämlich gerade getroffen, ne? Ja, ich weiß, ich hab ihm gesagt, äh, ja, da muss ich auch gleich noch hin. Äh, ja. Aber ohne Flags, äh, sie ist von einem guter. Dankeschön. Ja, eigentlich, eigentlich will ich da noch hohe Schuhe dazu anziehen, aber das ist halt nicht so vorteilhaft, wenn ich auf den Feldern bin. Äh, ja, nee, also, also, Terra, wie gesagt, du kannst dich so kleiden, wie du möchtest. Ja, aber, aber, äh, ich bin begeistert. Dieser, also, dieser elegante Stil. Ja, alles auf die Hose, aber die Hose wollte ich behalten. Ne, die Hose ist geil, die gibt's ja nicht mehr. Ja, eben. Also, die sitzt ja an allen Ecken vorteilhaft. Ne, die kann ich nicht mehr geben. Gut, es will sich auch noch ein bisschen Wohlfühlfaktor haben, weil ich glaube, äh, es ist so ruhig, ist ja nicht dein Look, oder? Ja, gut, ist ganz okay. Ja, gut, ist schön. Schicke Kette hast du dazu, Mizar. Ja, danke. Die gefällt mir. Ja, du machst so ein bisschen die Tonen. Äh, ja, die Kette gefällt mir wie die Frau. Oh, du darfst nicht mehr so schleimen, du hast es sehr weh. Äh, ich erinnere mich sogar. Ja, aber, ich stehe ja immer noch so was im Raum, ne? Da könnte man ja immer noch mal mit der Albie reden. Viel Erfolg, Orvin, viel Erfolg. Ich dachte, du machst das. Was, ich? Ne. Ja, warum nicht? Warum sollte ich? Ja, innerlich willst du so auch. Das ist, das, in, 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 dieses Loch hast du angefangen zu graben, da haupt ich mich nicht mit rein. Aber kannst du mich vielleicht mal rausziehen? Wie denn? Werfen wir ein Seil zu? Ich probier's. Hab' ich. Bin gespannt, was klappt. Oh gut, äh, eins ist gut, dass man das hier ist. Mit dem muss ich dem schon reden, weil irgendwie, äh, du hast ja gesagt, er will mit mir reden. A, will er mit dir reden und B, musst du noch einen Deckel vom letzten Mal zahlen. Diesmal hab' ich ihn nicht gezahlt. Nein, alles gut, deswegen, passt perfekt. Geh' ich gleich mal rein bezahlen. Gut, ich will, passt jetzt schon mal meinen Deckel zahlen. Ja, soll ich den Jacks anrufen, dass es ein bisschen dauert? Ähm, pass auf, ich geb' dir mal, pass auf, ich geb' dir mal was mit für Jacks. Äh, das gibst du ihm mal, und zwar, ähm, das gibst du ihm mal als Wechselgeld. Und, äh, dann wird's so sein, Tara, äh, ich nehm' dich beim nächsten Mal, nehm' ich dich mal mit an den Ort des Geschehens, wo, wo es um die Ware geht. Okay. Und, äh, da kann ich dir nämlich dann genau erklären, wie, weiß wo. Okay, gut. Dass du, da kannst du nämlich dann, wenn ich mal nicht da bin oder so, da kannst du das dann, wenn mal Luft ist, kannst du das immer gleich alleine entwickeln. Ja, super. Und das Geld, das Geld, was dann, äh, am besten immer gleich bei uns in den Tresor rein. Vor allem jetzt, wenn er diese drei, vier Typen da einmal unterwegs sind, ich laufe eh mit ganz wenig Bargeld rum. Okay, dann passt das. Gut, dann machen wir das, wenn wir da kümmerst du dich um, da kümmerst du dich um Tyler, und, äh, ich kümmere mich erst mal um Mattis, weil es trifft sich gut mit Mattis, hab ich so eine Idee, ich hab nämlich eine Geschäftsidee, Tara. Ich glaub, ich hab das schon gehört. Vielleicht. Weißt du, was wir machen? Wir verkaufen Traubensaft und Papon. Äh, nee. Nee? Dann lass dich mal überraschen. Okay. Ja, ich, ich, ich kümmere mich jetzt mal schnell an den Schecks und dann komm ich eh nochmal her. Ich danke dir. Okay. Das ist, das ist sehr, sehr lieb von dir, Tara. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, soll ich sagen, also, ich, ich, ich hab er gerade so ein bisschen mit mir. Ach, wie sie weiß, komm her. Oh, wenn, wenn das die Eben sieht. Ja, egal, ich kann doch meine Angestellte drücken meine Schwähe. Sagst du, hast du das, Ebi? Ja, der wird das schon verstehen. Aber pass auf dich, wenn du Lust machst. Auf alle Fälle. Ja, gut, ist ja nicht so weit weg, ne? Ja, der dennoch. Ja. Gut. Gut, dann bist du Spinner. Ja, bis gleich. Ja, ciao. Ja, ciao. So. So. Ähm, Frau. Was ist, Tara umarmen? Äh, was? Ich hab das doch gerade gesehen draußen. Ja, kann ich doch warnen. Warum? Weil sie a mein Angestellte ist und b sie mir befreundet. Und ich, und ich genauso, ich genauso hier, ähm, Nova. Nova, 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 egal, was jetzt passiert, Nova, ne? Ja, was denn? Ach. Oh. So. Oh, warte, warte, warte. Wie, warte, was passiert denn jetzt? Das gebe ich zurück, hier. Uh. So, wenn ich einfach so. Sorry, Ebi. Oh, 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 oh. Du weißt doch, wie das gemeint ist. Ich mache mich nicht an vergebene Menge an Männer ran. Ich komme ein kleiner Brummel, hier sei doch nicht so. Du machst dich nur an, die Siegel, wenn er dann den Händen legt. Nein, was geht denn da, war da überhaupt mal wieder bei dir, habt ihr mal was unternommen? Nein. Weiß, was das bedeutet, oder? Was denn? Okay. Hä? Was du jetzt machst, aber ich würde jetzt zum Zettelstudio fahren. Ja, ich komme auch gleich, ich habe bloß noch was mit Mannes, wo ist Mannes eigentlich? Wer ist? Draußen eben gewesen. Okay, ich guck mal. Ebi, kannst du, kannst du vielleicht mal fünf Minuten warten, okay? Einverstanden. Achtung, junge Frau Eisenbettig. Hi, naja. Oh, es ist gesagt. Aber, aber es trifft sich gut, dass wir zwei hier gerade alleine draußen sind. Ah ja, warum? Wenn du meinen Lipstick verarschst, wäre ich grillig. Warum sollte ich denn den verarschen, Mann? Ich sag dir es nur. Du bist nur, du bist nur noch so ein Minischritt davor. Oh, was? Ihn komplett einzutüten in dein Pantoffel. Was für ein Pantoffel, Mann? Wenn du ihn heiratest, dann kann er nicht mehr weg. Dann ist er im Netz der Spinne. Er hat ihn, die schwarze Mahur. Ja, und dann? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, wenn du ihn verarschst, ist das schlecht. Ja, aber ich verarsche ihn doch nicht. Ich hoffe. Ja, nee. Weit er nicht. Sprich ihm bitte nicht das Herz, das verkraftet er nicht. Oh, Corbin. Wenn du ihm das Herz sprichst, gib ihm hier mal eine Karte. Ich bin Seelsorger. Ja, ich schicke ihn zum Kreis, das ist von uns. Ja, nee, nee, ich meine, das ist gerade ernsthaft. Du bist Seelsorger? Ja. Oh Gott. Offiziell staatlich anerkannt? Das ist nur noch ein Hobby. Nein, also offiziell staatlich anerkannt. Es muss nur noch unterzeichnet werden vom Government. Oh Gott. Okay, spannend. Aber nee, aber wirklich, ich veralber ihn bitte nicht. Ne, hab ich doch nicht vor, Corbin. Wie kommst du denn nun da drauf? Weil ja Frauen immer so sein. Das ist doch, alter, hast du da drin, gehst du davon aus, dass Abby dich auch verarscht, oder? Ist das eine herrliche Antwort oder eine nette? Ja, eine herrliche. Ich gucke mir das erst mal ein. Echt jetzt? Alter, die Abby, die, 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 das ist mal gerade zu viel. aber wenn die mal nicht offensichtlich nur augen für dich hat dann weiß ich ja auch nicht ja ich bin es traue ja nicht ihr aber wer hat dir dein herz so gebrochen bin dabei weg ist kein schlechtes thema nein 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 kannst du jetzt nicht einfach gehen natürlich ich werde ich dich vergrault haben weil sie nur augen für dich hat ja es mag sein ist ja auch nicht sie ist ja auch eine liebe abgedreht hat öfters in am sender aber sie sind liebe und es ist ja schon so dass ich gesagt habe ich probiere es mit ihr es ist ja richtig aber dann ist es einfach auch manchmal so der gedanke das ist aber ich habe kein was mit mann ist zu besprechen es ist doch ganz wichtig mann ist mein mann ist mann ist mann ist mann ist ganz dringend es geht um geschäftliche idee die damen nicht wer sich sowas von fertig also wir sind komplett durch der kontext ist fertig mann ist bitte mann ist also sie mann ist ich muss ja auch mal mein deckel bei dir bezahlen ja sicher der verstaubt schon langsam ja siehst du wollen wir nicht mal entstauben doch können wir machen aber ich muss auch wir sind doch durch so dass wir durchsehen das wissen wir alle heute machen ich war den trainern dich warum hat es danke dann sage ich dir jetzt mal eins und zwar das gleiche dass du mir gesagt hast wenn du die abby nur verarscht und ihn seelsorger braucht nur der einzige seelsorger hier bist dann war das ein bisschen scheiße ich würde dann kann ich ihre seele versorgen ja nicht wenn du fürs kaputt sein verantwortlich bist man ja wieso soll denn die seele durch mich kaputt gehen ja wenn du sie verarscht man aber ich verarsche doch keine frau ja bitte ich will es hoffen ja sie ist das habe ich noch nie gemacht ernsthaft das kannst du jetzt sowas vergessen vergiss es ist das ist doch jetzt nicht dein ernst nein aber da siehst du mal wenn ich jetzt die männer seid doch alle so wie wenn du sagst wir frauen sind alle so ja irgendwo verstehe ich das aber du musst das mal also du musst das wirklich ganz mal tief entspannt sehen ist aber man kann ja nicht alle über den kampfscheren aber der großteil von euch ist nun mal so ja 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 wiederhole das noch mal und verinnerliche das ja ist richtig nicht alle über einen kampfscheren jetzt wieder deine latente dominanz oder was weißt du mal so ein psychologen buddy brauchst der direkte fragen stellweise bescheiden ja verstehe total wurde zufalt wenn willst du wenn willst du mit lipstick hier von da gehen wir haben noch kein datum ja nicht erst mal die jobs verteilt erst mal die jobs ja okay ich werde uns dann auch noch was ein weiß halt ne war ja scheiße stand es doch nicht für dich kannst du vergessen die stand sie für die beiden also für meine frau und die ist da drin vergessen was ich gesagt habe ja das war das ist es ist im prinzip so diese freie story wo sich entwickelt und macht und tut in einem drum und dran und ja deshalb ist nichts gescriptet ist einem drum und dran das ist so dieses dieses leben hier auf dem server und da gibt es natürlich auch mal solche folgen die etwas ruhiger sind wie jetzt so gut geschichten nur so laufen vom server einem drum und dran deswegen schreibt dazu gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet wie ihr das so findet und ja mal gucken was ich beim nächsten mal noch so entwickelt ist da erstmal tschüss und tschau bis zum nächsten mal